Herr Präsident, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist gerade zufällig, habe ich einen kleinen Espresso in der Parlamentskantine bestellt. Ich fand das ganz bezeichnend. Ich bekam einen griechischen Euro zurück als Wechselgeld. Und ich dachte mir, naja, besser kann man ja gar nicht demonstrieren, dass wir alle in einem Boot sind. Und von meiner Seite her, daher von der grünen Seite her der Appell an die Bundesregierung, eine gesamteuropäische Lösung zu finden für die Schuldenkrise und für die Finanzkrise, die derzeit Europa in einem dramatischen Ausmaß erreicht hat und dass wir solidarisch sind. Ich erinnere daran, auch Österreich nach dem Krieg hatte es nicht leicht, brauchte einen Wirtschaftsaufbau und einen Wirtschaftsaufschwung. Und es waren andere Staaten und andere Länder, die uns dabei halfen. Das sollte man nie vergessen und ich finde es wichtig, das in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Aber sprechen wir jetzt, wenn wir über das Budget reden, sehr gerne über die angekündigte Schuldenbremse. Eine Schuldenbremse klingt, also niemand kann wirklich was davon vorstellen, und eine Bremse funktioniert ja auch nur, wenn es daneben ein Gaspedal gibt. Ohne dem einen funktioniert das andere ein bisschen schwer, weil wenn man nur bremst, steht man still und man kommt nicht weiter. Das ist das Problem an dem Bild der Bremse. Ich finde es ein schlechtes Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir über Budgetkonsolidierung, über ein ausgeglichenes Budget diskutieren, und wir sollten darüber diskutieren, auch die Grünen kennen sich zur Budgetdisziplin, das ist wichtig zu sagen. Da muss man auch darüber nachdenken, wer kann einen Beitrag leisten und wo hinein muss man investieren? Diese zwei Grundfragen müssen gestellt werden, sonst funktioniert es nicht. Weil wenn wir nur bremsen dort, wo Zukunft vorhanden ist, dann bremsen wir uns tatsächlich aus, nämlich in dort, wo die Zukunft ist und wo die Chancen Österreichs in der Zukunft wirklich dastehen. Und die Zukunft kann nur lauten Wissenschaft, Forschung, Bildung. Wenn wir da nicht hinein investieren, schaut es wirklich schlecht aus für Österreich. Und wer sollte aus unserer Sicht einen Beitrag leisten? Ja, erneut, und viele Grüne haben das gemacht, hier ein flammender Appell zu Steuergerechtigkeit und zu Vermögensteuern. In Österreich gibt es insgesamt ein Vermögen von 1.400.000.000.000 Euro. Ein Prozent der Bevölkerung besitzt ein Drittel davon und 10 Prozent besitzt zwei Drittel. Die restlichen 90 Prozent besitzt nur ein Drittel dieses Vermögens. Und das klafft immer weiter auseinander. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und wir sehen es, wir sehen es in den Ländern, die wirklich in der Krise sind. Die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, in Griechenland, enorm. Zukunftshoffnung nicht vorhanden. Wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir über Gerechtigkeit sprechen. Und dann müssen wir darüber sprechen, wer einen Beitrag zu leisten hat. Und wenn Millionen Erbschaften möglich sind, ohne dass Steuern bezahlt werden, dann ist das nicht gerecht. Und zumal nicht von einer ÖVP, die behauptet, eine Partei zu sein, die für Leistung wäre. Aber Leistung ist immer noch das, was am stärksten besteuert ist in diesem Land. Vermögen zu besitzen und damit nichts zu tun, außer vielleicht zu investieren, damit der Zinseszins uns das Leben schwer macht, nämlich der armen Bevölkerung. Das kann nicht die Lösung sein. Deshalb hier Appell, Vermögensteuern einzuführen und für die Superreichen auch eine Erbschaftssteuer und eine Schenkungssteuer. Und mein Appell, ich richte mich jetzt gar nicht an die ÖVP. Es applaudiert, ja, das verstehe ich auch, jetzt die Sozialdemokratie, aber daher auch mein Appell an die Sozialdemokratie. Und heute hat die Frau Landeshauptfrau Burkstalle gesagt, wir hier im Bundesrat sollten auch ein bisschen mehr Mut beweisen, wenn uns etwas nicht passt. Also wenn ein Schuldenbremsengesetz kommt, das keine Steuergerechtigkeit beinhaltet, da bitte ich Sie, stimmen Sie dagegen. Dankeschön.